Ich brauche von dem anderen den Kopf aus. Wo ist er? Ah, da. Bringt mir sein Kopf! Off with your head! Hiss. So, Freundchen, gib mir deinen Kopf. Ich weiß nicht, ob das Hiss oder Hör... Was? Ach, hier ist noch einer. Hier sind noch vier. Okay. Na komm, na komm, na komm. Ich hacke die ganze Zeit auf den Kopf, die können da die Arme abfallen. Ich komme wieder hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte mal, ich habe hier so einen jungen Ball aus. Stein. Oh, oh. Alter, what the fuck. Oh, die hauen aber ganz schön zu. Bist du nicht dumm, oder was? Blöde, Alter. Eine tot. Nee. Ach, klar. Weißt du, wie die sich vermehren müssen? Aber einerseits haben die ja eine Anrufe von sonst was. Hinter dir ist noch einer. Ja. Auf. Oh, boy. Brrrr. 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 So, erst mal reingeschleppt. Ah. Hier, ich mach mal einen Leichenhaufen hier. Okay. Zack. Brrrr. Ich ne, ich hab keinen mehr. Ich wollte eigentlich bloß das Holz sammeln mal ganz nett, ne? Komm, geh diese Kackviecher an, Alter. Oh nein, mein Kopf ist weg. So ein Mist. Ist der verbrannt, oder was? Ne, ich hab den liegen lassen und jetzt ist er weg. Der kann doch nicht die spawnen. Eigentlich geht das nicht. Hm. So. Alter, lauf doch mal. Achso, du kannst wieder nie rennen. Ne, mal fünf Leute getötet kann er nie rennen, ey. Also ich glaub ich hab jetzt alles an Holz, was hier draußen lag, reingeschleppt. Dann würde ich nämlich das Tor erstmal wieder zu machen. Ja. Das Tor wurde geschlossen! Äh, was macht denn der Vogel da? Hä, ha, ha. Ich musste mich erstmal kurz heilen. Alles gut. Achso. Du zerlegst, du wirst die einfach rein, oder? Ja, stimmt. Du brauchst ja jetzt keine kleinen Teile mehr, oder? Ne, ich hab ja meine... Ach, hast du schon alle? Ich habe meinen Kopf, den baue ich jetzt noch ran. Ich lasse das hier runterrollen, Lisa. Okay. Kannst du das dann reinbauen? Ja. Ich bin nur erstmal kurz schwimmen gegangen. Ach ja, Carver and Blood. Das ist interessant, dass er das bei mir noch nicht sagt. Nee, bei mir sagt er das auch nicht. Ich schwimme das einfach schon mal ab, damit er es erst gar nicht sagt. Also ich lasse da was fallen, ne? Das ist Effizienz, Leute. Yay. Ach nee, stimmt. Das Kackvieh mit dem Schlitz ist auch die spawnt. Ja, ne? Das geht nämlich weg. Dann nach einer Weile. Ist halt doof, dass man das nicht braten kann, weil es wie viele Knochen das geben würde. Vielleicht hat es gar keine Knochen. Wie lecker das schmeckt. Komm schon. Ich muss mich kurz mal hochheelen. Ich meine hoch... Hochausdruck. Hochstaminan. So, jetzt können wir da rennen, Leute. Na ja, 16 Loks. Das haben wir ja fast noch hier. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Ich mach neun, zehn. Das können wir hier noch haben. Ach, das reicht. Die 16 kriege ich mal voll. Da können wir gleich drin... Gleich drin noch was bauen. Was machst du denn du gerade? Knochen einsammeln. Achso. Das waren aber nicht so viele Knochen. Das müssen... Ja, ist klar. Regnet's ja auch irgendwann mal nicht auf der Insel. Ich wär schon wieder fertig. Alter, ist so krachen, ey. Plum, 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 danke. Ey, meh, bin so fertig. Meh. Alter, kacklappenscheiß, wie man. Noch acht. Noch acht. Dann haben wir ein Dach gemacht. Yay. Hallo. Ja, ja. Knochen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass wir noch zwei brauchen, oder? Und dass die zwei fehlen? Ach, komm. Nein, nein, ich hab hier unten im Lock... Dingsbums, Dingsbums hier. Ach, du hast da hingelegt. Ja. Ein Dach. Regnet's rein? Juhu. Guck. Du trägst komplett durch, Leute. Das regnet komplett durch, original. Was ist denn das für ein Dach, Alter? Nee, warte mal. Hier regnet's ja durch. Mir regnet's gar nicht rein. Jetzt regnet's auch nicht mehr. Steht unser Haus schief? Hier kann man voll durchgucken. Hier steht einiges schief. Das Fundament war halt nicht gerade. Dafür kann ich nix. Ich sag dir auch gar nichts. Oder schick gemacht. Was trippelst du schon wieder? Ich wollte eine coole Schädellampe bauen, aber wir haben nicht genug Zeug. Alter, können wir das bitte abbrechen? Okay. 26 Knochen, die brauchen wir für Rüstung. Okay. Ich verstehe das, ja. Aber vielleicht sollten wir erstmal Rüstung bauen. Die saßt du noch schief. Ähm... Hast du das komplett zahle gebaut? Nein, ich hab jetzt eine andere Lampe gebaut. Ja, aber ich hab keinen Stein mehr. Steine liegen ja hier unten am Porn, ne? Oh, Alter, spring! Kackvieh. Hier leuchtet's voll rein, ey. Das ist jetzt nicht die perfekte Hütte, muss man jetzt mal so sagen. Ach, Quatsch. Die Spitze. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja mal wirklich total... Hast du noch ein Rope? Was? Ein Rope? Ein Seil? Ja. Bestimmt. Yeah. So, was machen wir noch? Ich will ja auf jeden Fall eine Bank oder ein Sofa drin haben. Also erstmal brauchen wir das hier. Das ist definitiv. Hast du noch ein Schädel? Och, nee. Oder, warte. Ruhe. Was ist das? Acht Loks, na klar. Aus wie viel Holz macht denn der das? Das ganze Ding schluckt 100, aber das kläne ich ja schon acht, oder wie? Ja. Das ist doch unlogisch, mal ganz ehrlich. Lieber Entwickler, das ist doch Quark. Oh. Nein, doch. Ich muss ja ehrlich sagen, mich nervt dieses Reinregnen. Dass die das hier nicht ordentlich gemacht haben, finde ich echt mega kacke. Ja, vielleicht kommt's ja mit der 1.0. Das nervt mich richtig. Ich hoffe. Weil das ist so richtig asozial. Dass hier das, dieses Dach einfach mal nicht komplett da ist. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich hätte ja gedacht, da kommen mehr Knochen raus. Das nächste Mal schmeiß ich wieder auf das kleine Feuer. Vielleicht lag's daran. Oh. Hier ist ein Hase durchs Feuer gerannt. Ich hab jetzt Fleisch auf dem Grill, weil ein Hase durchs Feuer gerannt ist und ich den gegessen hab. Falls du noch willst. Okay. Wir spielen jetzt die Sims. So. Ich hab jetzt noch mal. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. hier ist ja ein teich sieht man hier oben liegen koffer ich bin hier bei dem wasserfall die steine gekrabbelt und hier liegen noch koffer sind übrigens keine 77 sticks mehr was wohl bei wasserfall die steine ja beim wasserfall wenn ich die steine hoch genau ich komme zu dir okay das war doch ich erst mal noch den rasen bevor der verbrennt ja ja wer schade so menschen so reingehobbelt ist das war schon kohlig ich bin durstig er trinkt immer kurzen so da so der guckmann aber schnell war die dieser da oben gefunden hat ganz praktisch oben mit den koffern wenn die sich dann wieder aufladen kann man können wir hier kaufs nehmen ja das stimmt allerdings ist ganz cool als sind das 114 sticks was was betten gebaut oder 9 und stühle und scheiß nein ich lüge nicht klar lügst du das sind alternative fakten ein teil meiner aussage könnte sie verunsichern das sind fünf stein kann man den runterrollen na ist es dein ernst kann man nicht runterrollen das aber schade das habe ich gerade erschlagen erschlagen blaue bären blaue bären rote bären rote bären sind keine guten bären oder ich probiere das mal die blaue bären kann man essen rote bären sind böse aber dafür habe ich jetzt new items cover dafür habe ich jetzt eine lebensmittelvergiftung entdeckt übrigens also ich habe ich habe 25 bären in einem berry pouch auch ganz viele bären das leben die roten werden die blieb dieses covern hallo lisa bei dieser guck mal da steht was das war das sind ich sage mir gerade braucht es zu diesem kopf ich habe den habe ich schon war das die scheiße von dem hat es ja dann noch ein schädel irgendwie finden wir nie alle ja das ist mir auch schon aufgefallen ok wenn ich sehe was sie da alles haben wir wissen die höhle und durch forsten warte mal kurz ich nehme erst mal benzin mit er hat gerade merkwürdig stein gebackt lecks habe ich ausnahmsweise mal keine was machst du da ich will ich kann ich will das klar haben ist überhaupt nichts simon bei mir ist aber sie haben jetzt schon festgestellt dass meine und deine ansicht sich manchmal unterscheiden das ist echt merkwürdig das spiel läuft voll asynchron das einzige was hier synchron ist sind diese kattischer aber auch nur wenn sie leben hier willst du rein ja wenn man sich vorher noch mal schnell rüstung bauen dann halt nicht können keine rüstung bauen weil wir keine knochen mehr haben was hast du mit dem gemacht hat mir rüstung gebaut danke dieser aber ich da waren nur zwölf knochen also ich habe mir nur zwei rüstung bauen können es ist sehr merkwürdig gewesen hallo jemand in meinem inventar komme ich gar nicht halt das war okay tschüss ich gehe wieder hoch ist jetzt schon unten sind das denn hallo nein ich bin noch nicht unten es geht ein abbau euch da ich nicht genau sehe wie weit sie runter geht kann ich dir das nicht sagen aber ich glaube ich bin gleich unten oh ja wir rennen ganz schön was rum ich würde ja gern meine axt bauen aber ich komme nicht ich will echt nicht in der hülle sterben lisa ja ich auch nicht die rennen alle unter mir rum ja ja warte mal kurz zwei sehe ich na zwei sind direkt unter mir ja ja ey lisa die kriegst du nicht alleine tot die zwei ich bin ja auch nie ganz unten ich habe ich gucke ja gerade bloß aber ich bin jetzt noch nicht und nein nein also ich dachte du wärst also es sind es sind zwei das sollten wir uns erst mal vorher noch mit ordentlich rüstung equippen denke ich mir okay dann machen wir dann stickmarker hin ja auf jeden fall damit wir die wieder finden uns nochmal dann equippen wir uns nochmal und dann weil das bringt überhaupt nichts sonst das ist übelst sinnlos weil die hacken uns hier tot und unser ganzes ah ich wollte doch erst mal das equipment den ganz machen also fertig bauen wir es ablegen können weil sonst sterben wir mittendrin das wäre ziemlich beschissen okay ohne equipment wenn ich jetzt runterfalle dann rast ich aus wieso solltest du runterfallen weil das spiel manchmal echt buggy ist was nein achso stickmarker ja mach mal hin bitte achso oder bau soll ich bauen ja bitte ok warte ich höre dass du blätterst aber ich sehe es nicht cool ich mache die fahne grün für höhlen ok pilze doch man kann welche essen äh und zwar die orangefarbenen die in so in dreier grüppchen stehen die kann man essen alter gibt mir klar ok so dann lass uns mal schnell diese scheiß zusammenbauen wir brauchen bloß 13 logs wir müssen ja auch nicht jetzt zusammenbauen oh die heißt da jetzt kann ich schon wieder nicht rennen alter die kann man bestimmt nicht essen da war selbst mein Opa schneller Geronimo genau so wir hätten dort bestimmt gar kein stickmarker hin machen können weil wir jetzt die map haben äh hin machen müssen meine ich ja oh blaue bär wo ist denn jetzt der lizard hin na gut na gut can carry animo sticks na gut dann nicht du 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 der type hat echt ne lustig ausdauer das ist so unglaublich nein zünd das feuer an ein fucking steak das ist doch jetzt unglaublich Warte, ich hab noch. Äh. Log. Achso. Ja, bisschen was anderes. Was guckst du, Luke? Nichts. Ich guck mir hier an, was du so gebaut hast. Und denk mir nur so, what the fuck. Der Mond geht auf. Achso. Ich will hier aber meine Rehaut nicht opfern. Wollen wir erstmal für die Session hier Pause machen, oder? Ja. Alles klar. Dann, während Lisa auf ihre Karte guckt, sag ich, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, ist... Wir haben ein paar Viecher geklatscht und das Ekelbillow... Das Ekelmonster war wieder da. Der Schlitz. Der Schlitz hat uns besucht. Dann, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.